Ja, Moin! Der Detlef hier. Heute ist der, oh schlag mich, 5. 6. April, äh Mai, oh jetzt, 2022, das Jahr, in dem wir überleben wollen. Ja, seitdem ich in der Rente bin, habe ich es mit dem Datum nicht mehr so genau und kriege das einfach nicht mehr so aus dem FF. Das möge man mir verzeihen, sonst schaue ich immer. Uhren und Kalender habe ich hier genug in meiner Wohnung verbaut, bestimmt 20 Stück. Ich bin eigentlich ein Zeitfreak, aber trotzdem, seitdem ich eben, wie ich schon sagte, in der Rente bin, da braucht man ja Datum eigentlich nicht mehr so oft. Ja, Uhrzeit, naja, da kann man sich auch so einrichten, dass man da nicht unbedingt immer auf die Uhr gucken muss. Ja, wo ich hingucke, ist, es gab heute die große Fütterung. Ich habe gestern die Heimchen mitsamt ihrer Behausung in die Kühlebox hinein, habe die auf 5 Grad verbracht, oder heruntergekühlt, besser gesagt. Und heute habe ich 2 oder 3 zerlegt. Scharfes Skalpell muss man dazu natürlich haben. Ja, und dann in alle Arenen hineingetan. Das heißt also, 4 mal Mesur Barbarus und einmal Lasius Niger. Bei letzteren, Lasius Niger, bin ich mir nicht so sicher, ob die das annehmen, weil die sind ja noch so winzig, ob die schon tierische Proteine brauchen. Ja, aber man muss das halt einfach mal versuchen. Und da schaue ich dann nachher auch mal rein. So, ja, also ganz so Wilde sind sie hier auch nicht auf die Heimchen, zumindest diese hier nicht. Jetzt müsste ich mal ganz fix rüberschwenken in die andere Arena. Das ist die Mesur Barbarus Nummer 1 aus Weiden in der Bayerischen Oberpfalz. Ja, das betone ich immer. Ja, bei 4 Kolonien muss man das ein bisschen auseinanderhalten. 2 hatte ich aus Spanien. Wer meine Videos gesehen hat, meine vorangegangenen, der weiß das. 2 hatte ich aus Spanien. Das ist hier meine dritte insgesamt in der Gesamtwertung oder Gesamtzählung. Meine dritte Mesur Barbarus und die erste aus Weiden in der Oberpfalz. Also, die sind nun auch nicht so tolle Wilde auf die Heimchen. Aber sie haben sie zumindest erkannt und machen sich da irgendwie dran zu schaffen. Ja, voriges Jahr im, wann war das? Juli, ja, September rum. Die Lasius Niger, die ist da anders verfahren mit den Heimchen. Die waren da ganz wild. Die haben die regelrecht ausgehöhlt, sind sogar in den Körper reingekrochen und haben die verfüttert. Ja, jede Ameisenkolonie ist anders. Und diese hier, die Messoren, ja, die haben auch alle schon Brot drin. Einmal hier im zugemauerten Reagenzglas, das Nest. Da ist Brot drin, das habe ich noch mitbekommen. Und jetzt schwenke ich auch nochmal ganz fürchterlich hier oben. Mal sehen, ob er jetzt fokussiert hier. Da muss ich näher rangehen. Da sieht man auch ganz deutlich Brot drin. Ja, und die bräuchten eigentlich tierische Proteine. Ja, und jetzt schaue ich nochmal hier oben. Ja, weg transportieren tun sie das. Aber wohin, das weiß ich jetzt nicht. So. Also, das sieht nicht aus wie in Richtung Nest. Ja, das könnte durchaus sein, dass da hier bloß aus Reinigungsgründen die weg transportiert wird. Das muss ich dann mal beobachten. Nicht, dass sich dann auf dem Müllplatz Haufen organischer Müll dann ansammelt und das dann anfängt irgendwie zu, ja, zu gammeln. Da muss ich mal Obacht geben. Ja, vieles wird hier ignoriert. Und ich hatte den auch hier, ja, ich sag's mal als Volksmund hier, so eine Pusteblume reingetan. Also Löwenzahn, ne. Wie man sieht, ist das hier noch vollkommen vorhanden. Da habe ich hier auch noch nichts dazu getan. Und, ja, da interessieren sie sich gar nicht so dafür. Ja, und heute früh habe ich das ein bisschen umgeschichtet, weil ich ja hier oben in die Schale diese Heimchen reingetan habe. Ja, und dann, ne. Ja, die schafft die ja hinterher einen Müllplatz. Wie es aussieht. Ja. Das sieht fast so aus. Ja, fokussiert er natürlich jetzt nicht so, ja, ist ganz klar. Das Handy hat deutliche Grenzen, ist ganz klar. Wobei ja viele auf Fotografie und Videografie mit dem Handy schwören und sich nicht vorstellen können mit einer richtigen Kamera, die ja schwer und viel zu teuer ist, so was zu machen. Aber die haben eben solche Grenzen hier noch nicht ausgelotet. Ganz einfach, um das mal abzukürzen und nicht groß weiter drauf einzugehen. Da will ich jetzt auch nicht weiter drüber sinnieren. Für schnelle Aufnahmen, ja, um mal jemandem fix was zu zeigen, ist das okay. Oder mal in kurzen Schötzung noch eine Momentaufnahme, wo es schnell gehen muss. Man hat ja so eine teure, große Spiegelreflexkamera auch nicht immer dabei. So, also Messer Barbaros. Und das hier ist eine Major. Die sind also riesig, wirklich riesig. So um die 16, 17 Millimeter groß. Das heißt also, fast doppelt so groß wie die Königin der Lasius Niger. Und das hier ist eine Arbeiterin, ja. Da kann man sich nur vorstellen, wie groß dann die Königin ist. Die habe ich gestern einmal wieder gesehen. Ja, die, ja, die hat sich noch nicht ganz so fest eingenistet. Und marschiert hier ab und zu mal oben von dem Nest. Ich zoome mal weg. Oben von dem Nest, oh, da habe ich jetzt 71% Luftfeuchtigkeit. Temperatur ist gut, ne. 23,1. Und ja, die 71% Luftfeuchtigkeit, das mögen die. Die mögen bisschen mehr. Ja, ja, und das sieht man früh bei Zeiten, wenn ich also so mal so um 6 rum aufstehe und schaue hier als erstes hier rein, sieht man doch ab und zu mal die Königin von hier unten, also da war die in der Arena, sieht man die hier den Schlauch hier hochmarschieren. Ja, also so nestreu ist die gar nicht. Naja, gut, sie haben sie auch hier oben ein bisschen eng gebaut, ne. Da müsste noch ein bisschen mehr passieren mit den Ausheben. Ja. Oh, ne, ja. Jedenfalls dachte ich mir, ich lege hier einfach nochmal so ein Reagenzglas rein. Und wie man sieht, ist das leer. Ja, das ist abgedunkelt. Den Einstieg, da habe ich so, ja, hier diese Nadeln hier vorne. Hier sieht man vereinzelt Nadeln. Das lange hier ist der Stiel von der, vom Löwenzahn. Ja, die habe ich also so als Einstiegshilfe da vorne positioniert. Zwei Stück. Ja, das gefällt ihnen nicht. Das haben die eiskalt beiseite geräumt. Und ähnlich machen die das ja immer hier an dem Einstieg. Kriege ich das mal hingesumt. Ja, an diesem Einstieg hier, also zum Schlauch hoch. Da sieht man noch so ein Streichhölz da liegen. Das docke ich immer mal ein bisschen an. Manche nehmen es, die nutzen das gerne. Aber dann legen die das doch wieder als Seite. Und ja, jetzt haben die sich hier einen natürlichen eigenen Eingang hier gegraben. So eine Rampe. Kriege ich denn das mal hier ein bisschen besser hin. So, jetzt zoome ich mal rein. Ja, da haben die sich also eine Rampe gebaut. Und da brauchen die natürlich mein Zeugs, mein unnatürliches Streichhölz nicht. So, da wurde es aus der Seite geräumt. Ja, und ja, könnte entsorgt werden. Ja, wie gesagt, dieses Röhrchen hier. Oh, jetzt hänge ich mit dem Magneten. Na toll. Dieses Röhrchen hier. Naja. Aber ich habe das ganz einfach mal so als Spielzeug reingelegt. Vielleicht finden Sie ja doch noch irgendwie Verwendung dafür. Ja, ab und zu kriegt man eine rein. Ja, und das Röhrchen. Ja, da haben sie sich auch so ein bisschen Körner am Anfang reingetan. Die haben sie jetzt mittlerweile wieder rausgeholt. Und da ist jetzt hier bloß Grabe. So Aushubmaterial drin. Ein bisschen Sandleben. Ein bisschen Zucker da hinten noch. Ja, das könnte man dann mal entsorgen. Wasser habe ich frisch aufgefüllt. Einmal hier. Einmal hier. Also das ist randvoll. Sieht man oben. Aber cooles Ding. Mit dem Schwamm. Haben sie hier keine Chance, sich selber zu ersäufen. Was ja die Messor Barbaros gerne macht. Wenn man da eine zu tiefe Wasserstelle anbietet, dann stürzen die sich rein. Und ja, haben da ungewollterweise den Freitod gewählt. So, jetzt schwenke ich noch einmal in die kleinen 3D-Nester. Hier die Königin. Ja, mit den Körnern sind sie jetzt auch hier beschäftigt. Da hat sich lange Zeit nichts getan. Da wollten die nichts wissen. Und hier habe ich denen auch schon mal ein Heimchen hingelegt. Sieht natürlich jetzt so zerschnitten nicht so toll aus. Ist eine eklige Sache. Das gebe ich auch ganz ehrlich zu. Aber was muss, das muss. Ja, und das hier ist die allererste Kolonie. Die habe ich auch aus Spanien mitgebracht. Und beim zweiten Mal habe ich die auch aus Spanien mitgebracht. Und da hockt jetzt die Königin hier. Ja, die haben den Pilz hier schon ordentlich angebissen. Da muss ich Obacht geben, wenn die dann durch sind. Das könnte eine Fluchtmöglichkeit werden. Aber Sinn und Zweck von diesem Pilz ist, wer meine Videos gesehen hat, meine vorangegangenen, der kennt das. Jetzt muss ich mal das Futterröhrchen hier beiseite nehmen. Den Futterschwender, der kennt das. Hier, das ist also das 3D gedruckte Nest. Und hier sieht man ganz deutlich, da sind mehrere Platten übereinander. So im vollen Material druckt man das nicht aus. Da hat man es also so mit solchen dünnen Platten einfach. Und hier unten sieht man den Wassertank. Da fahre ich mal ein Stück weiter weg. Oder versuche mal weg zu zoomen. Da sieht man das eventuell besser. Und jetzt nehme ich mal hier so ein... Irgendwo habe ich einen Zeigestock. Irgendwo habe ich einen Zeigestock. So, sorry. Durch das Suchen bin ich jetzt mit der Kamera natürlich weggetrifftet. Und das hier unten ist der Wassertank. Hier. Da gehört noch ein bisschen Wasser rein jetzt. Ja, das ist schon ein bisschen wenig. Da muss ich was reintun. Und von dort saugt der Pilz also nach oben. Und deswegen, ja, holen die sich das Wasser nicht so primär hier vorne, hier hinten aus der Arena, aus dem Wassertank. Das ist er. Der Wassertank. Sondern die holen sich das direkt hier aus dem Pilz. Ja, wer hat's scharf. Ja, die Königin, die sieht man jetzt hier nicht so toll. Aber die hat sich hier eingewickelt. Ja, aber die ist nicht nestreu. Die haut hier nicht groß ab. Außer, ja, nachher, wenn ich dann den Wassertank hier... Jetzt klopfe ich mal. Das sollte man nicht tun eigentlich. Dann werden die wild hier, sieht man. Aber nachher muss ich ja eh anheben, um den Wassertank aufzufüllen. Und jetzt sieht man auch, wie die sich bewegt. Die ist also nicht tot. Man hat ja manchmal das Gefühl, wenn die so regungslos verharren, dass die, ja, man hört das auch, dass die Königin von ihren Arbeiterinnen totgebissen werden. Aus welchen Gründen auch immer. Damit wird ja dann auch die Kolonie aufgelöst. Weil, ist die Königin tot, sterben dann auch die Arbeiterinnen. Hier sind auch so Majoren dabei. Die hier. Aber die sind nicht so groß wie die anderen. Die ich vorhin gezeigt habe. Hier wuselt auch wieder so eine... Jetzt schwenke ich mal ganz schnell rum. Hier wuselt auch wieder so ein Riesenmonsterteil hier rum. Also das sind Riesen. Das sind Riesenmajoren. Die sind wirklich groß. Ja, hier im Vergleich zu der Minoare. Die ist also wesentlich kleiner. Hier am Wassertank. Jetzt sieht man sie mal super nebenan. Als Vergleich. Ja, alles beides. Meso Barbaros. Alles beides Arbeiterinnen. Ja, nur die eine eben Major und die andere Menor. Ganz anders. Und jetzt gehe ich mal hier rum. Ich weiß nicht, ob ich jetzt das Licht zuschalten muss. Oder ob man das alles so sieht. Also nochmal. Halt, Stopp. Nochmal zurück. Also. Das war die Nummer 1 aus Spanien. Das war die Nummer 2 aus Spanien. Das ist die Nummer 3. Und damit auch die Nummer 1 aus. Oh, das ist kompliziert, ne? Beiden aus der Bayerischen Oberpfalz. Und hier drüben die Nummer 2 aus der Bayerischen Oberpfalz. Und von der Gesamtzählung her Meso Barbaros Nummer 4. Ja, hier hatte ich ja anfangs. Das muss ich jetzt nochmal ganz schnell erklären, bevor ich rübergehe. Okay, da hatte ich in einem Video erklärt, mit diesem Plattenabstand. Da haben welche gefragt, wozu ist denn die Platte da? Ja, das ist ja so ein Anfänger-Kit. Oder ja, so ein Kombi, sagt man dazu. Kombi-Cube. Das heißt also, hier sind Arena und Nest miteinander vereint. Dieser Plattenabstand hier, das hatte ich gezeigt. Der ist in Abhängigkeit zu wählen von der jeweiligen Ameisenkolonie oder Ameisenart, die man hat. Hier für die Meso Barbaros wäre sie zu klein, der Plattenabstand. Da müsste man die Größe M wählen. Und der Insto Berlin bezeichnet diesen oder gibt den an, den Plattenabstand, mit S, M und L. Also, Small, Medium und Large. Ja. Und warum ist das Ding da? Ja, jetzt sind die Messoren drin, ist zu knapp. Die hätten M gebraucht. Und das hier ist S für Small, weil da hatte ich ja am Anfang die mir kaputtgegangene Kolonie Lasius Niger drin. Und mit dem Behälter hatte ich die ja auch in den Kühlschrank reingetan bei 5 Grad und, ja, Schimmelbildung. Ihr kennt das. Ja, und jetzt nochmal schnell zu der Platte. Hat man also jetzt hier zu der Kolonie den passenden Plattenabstand, befüllt man hier hinten diesen Bereich ebenfalls mit einem Lehm-Sandgemisch oder schiebt da hinein so eine Dickfix-Platte vom Insto. Ja, die Dickfix-Platten, die sind ja vorgegeben, die sind, glaube ich, was sind denn die, 19 mal 19 oder ein bisschen weniger. Wer jetzt aber Lehm- und Sandgemisch hier rein tut, sollte darauf achten, nicht so den Fehler zu machen, wie ich hatte. Ja, da hatte ich nicht richtig gelesen oder nicht richtig vorher überlegt. Wenn man bis oben, bis zum Rand, ich habe das in so einem Video gesehen vom Insto, die hatten das hier gemacht. Der hatte da noch mit so einem Schwamm nachgedrückt und hatte das hier oben bündig gehabt. Bis hier hoch hatte der dieses Sand-Lehm-Gemisch gefüllt und ein bisschen komprimiert, damit das nicht nachrutscht. Bewässert, damit das aushärtet. Und ja, was nicht dabei beachtet ist, und von mir ja nun auch nicht, die graben sich ja dann hier ihre Gänge hier runter. Ihre Kammern und so weiter. Ja, und wohin mit dem Grabematerial? Das schmeißen die dann einfach hier oben auf den Rand und das kleckert dann hier die Glasscheibe runter. Ja, das ist der ungünstigste Fall, der ungünstigste Fall, mir auch passiert. Und ja, wer das also vorhat, sollte diesen Fehler vermeiden und ruhig hier so großzügig hier ein bisschen Platz lassen. Vielleicht hier so bis zu der Kante füllen und hier oben genug übrig lassen, freiraumen lassen für das Grabematerial. Ja, das, was sich dann so anhäufelt, diese kleinen Berge, das wird dann nach und nach dann abgetragen und das schaffen die dann nach unten. Aber wenn das schon hier oben bündig ist, dann sammelt sich hier oben das Material. Und ja, wie gesagt, wenn dann Feuchtigkeit dazu kommt, dann klebt das hier die Scheibe runter und das sieht dann nicht so toll aus. So, und jetzt fahre ich nochmal schnell hier rüber. Ja, so eine Kamerafahrt, gerade mit dem Handy, ist immer ein bisschen wilder. Und jetzt, vier Kolonien habe ich gezeigt, Meso Barbaros, hatte ich ja noch als ein 3D-Drucker so ein Nest über. Ja, und das stand nun also leer und ja, das wollte ich eigentlich nun auch nicht. Und da hatte ich mich doch entschlossen, mir doch nochmal eine Lasius-Nieger-Kolonie zuzulegen. Das ist nun geschehen und gut, dass ich jetzt so lange gewartet habe. Die machen sich hier aber das Heimchen her. Das habe ich genau dort abgelegt, wo die sind. Und das wollen die, das nehmen die sich. Die sind natürlich im Vergleich zu den Mesoren, zu den Meso Barbaros, sind die natürlich winzig. Auch für mich war das jetzt wieder gewöhnungsbedürftig. Die sind ja klein wie Flöhe, ne. Die Königin ja nun auch nicht so groß, ne, hier ist sie. Ich hatte es vorhin gezeigt, die Major-Arbeiterin von den Mesoren Barbaros, die ist größer als die Königin, ja. Ja, wie gesagt, die Arbeiterin winzig. Und, ja, tolles Highlight, die sind ganz spitz auf. Obwohl die jetzt so klein sind, so winzig sind, machen die sich jetzt hier über das Heimchen her. Und ausgerechnet denen, habe ich bloß ein kleines Stück reingetan. Aber gut, im Vergleich zu ihrer, oder im Verhältnis zu ihrer Körpergröße ist das schon ein bisschen größer. Da haben sie dran zu tun. Ob sie es nun ins Nest schleppen, oder jetzt hier, sie Stücken rausreißen und dann ins Nest verbringen. Das ist natürlich auch unter denen überlassen, ne. Ja, das werden die dann hier reinbringen. Na, und wenn ich mich jetzt hier nicht täusche, hat die hier Eier gelegt. Schon, ja, die Lasius Niger, die Queen. So rechts neben dem Kopf, was da so glänzt, das kann man jetzt hier über das Handy nicht so toll sehen. Vielleicht mal mit dem Zoom-Faktor. Schwierig zu sehen. Na ja, das muss ich nochmal untersuchen mit der Lupe, oder mit einer anderen Optik. Auf alle Fälle machen die sich hier über das Heimchen her. Das ist eine gute Sache. Bisher habe ich nur Honig gefüttert. Und jetzt kriegen sie eben halt ihre tierischen Proteine. Ja, was ist das hier für ein Schatten? Ah, die... Ah ja, die ist oben am Deckel. Ja. Habe jetzt in den letzten Tagen keinen Ausreißer mehr erblicken können. Das heißt also, wieder der Fehler bei mir. Ich war zu großzügig hier an der Seite mit der Belüftung, die ich jetzt hier mit Watte zugeklebt habe. Da konnten, da hat, das habe ich zu... Die Spalte, das sieht man nochmal hier an der Seite. Die sind hier ganz dünn. Die sind vielleicht, ja, pro Spalt 0,1 Millimeter, ein Zehntel. Ja, das hätte wirklich gereicht. Oh, wo bin ich jetzt? Hier. Ein Zehntel. Ja, wo das dann fertig war, ja, oft ist man hinterher schlauer. Da dachte ich, oh Mist, doch ein bisschen zu wenig gemacht. Zu dünn gemacht. Die kriegen ja dadurch keinen Sauerstoff. Ja, und da habe ich das hier ein bisschen ausgearbeitet, hier ein bisschen breiter gemacht. Und da sind sowohl die Winzlinge hier ausgebüxt. Ja, ich hatte immer die Messoren, die Messor Barbaros immer so, jetzt als Referenzgröße. Hier ist so eine kleine, ja, eine Major. Hier eine Major. Und hier auf dem Heimchen eine Minore. Hier, oder hier ist der Unterschied anders. Besser zu sehen, hier eine Minore. Hier kommt auch noch mal eine Minore angewackelt. Und hier am Trinkbehälter. Ja, toll. Ja. Frisches Wasser ist ein Magnet. Das ist bei den Tieren, ja, natürlich. Und bei uns frisches Trinken, genau so ein Zugmagnet. So, letzter Blick hier rein. Komme ich fast schon wieder auf 30 Minuten. Ich verabschiede mich. Und jetzt versuche ich mal, das Handy ruhig zu halten. Ja, Datum. Moment, muss ich anders machen. Ich bin immer so, heute ist, ja, jetzt habe ich es. Jetzt habe ich es. Heute ist der 7.05.2022 das Jahr, in dem wir überleben wollen. Ich habe mit meiner Anzeige gerettet. Die habe ich auf Nachtmodus. Das heißt also, die leuchten jetzt nicht so stark. Deswegen ist das am Tag über schwer abzulesen. Und deswegen jetzt möge man mir hier diesen großen Wackler hier mit diesem verzeihen. Gut, also 7.05.2022 das Jahr, in dem wir überleben wollen. Das war der Detlef. Wieder mit seinen Krabbeltierchen. Und ja, euch alles Gute. Schöne Zeit. Soll jetzt schön warm werden, die kommende Woche. Für mich also Fotoapparat, Videokamera, alles, was ich tragen kann. Und dann geht es raus in die Natur. Schon früh um vier lege ich mich auf die Pirsch. Und ja, hoffe auf gute Ergebnisse. Und euch ebenso, je nachdem, was ihr vorhabt, euch alles Gute. Der Detlef. Ciao, ciao. Alltale. Alltale.